Schulde von Toschbüro. Wir haben heute Abend eine Produktvorführung von Silvesterfeuerwerk, was Sie bei mir erwerben können. Ich will Ihnen mal zeigen, dass es halt noch sehr viel auf dem Markt gibt, was man so gar nicht kennt. Sie haben Listen in der Hand, wo die meisten, da steht drauf, durchnummeriert, von 1 bis 104, die Artikel, die wir nach der Reihe von führen. Als Abschluss dazu gibt es ein kleines Feuerwerk aus diesen Produkten, damit Sie mal sehen können, dass man heutzutage aus Silvesterfeuerwerk schon richtig was zaubern kann. Einmal möchte ich nur sagen, es freut mich, wenn ich das so sehe, dass Sie trotz unseres Osterbücker Wetters noch so zahlreich erschienen sind. Als Abschluss gibt es dann, wie gewohnt, das Großfeuerwerk Kategorie 4. Ich wünsche Ihnen viel Spaß am heutigen Abend und die Ansprache darüber gebe ich an den Kollegen Klipp. Vielen Dank! Ja! Let's MC! Zum Anfang gibt es jetzt noch zum Einstimmen eine kleine Knallsequenz. Knallsequenz! Achso! Knallsequenz! Achso! Das ist doch nicht das, was... Also das ist auch ungeschlagen! Dann kommen Sie denn! Keine Prüfung! Das ist schon vorbei! Da geht's noch! Geht noch! Geht noch! Kommt noch! Entschluss! Kommt noch! Hopp! Kumpel! Kommt noch! Kommt noch! Kommt noch! Das war's für heute. Der Schall kommt hier gut, ja? Ja. Voll noch Salud! Das mag ich! Mehr! Ja.